hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei satisfactory mit so ich wollte dir was zeigen und zwar habe ich diese dispenser nämlich gebastelt guck mal habe ich hier vorgestellt da brauchst du nur dran zu zubeln an die öffnung dran zu kratzen du brauchst nicht in den dinges reinzugucken cool die sind noch leicht baggie mehr ich merke ich gerade die ersten sind unsichtbar also ich konnte eben nun mal wer will na gut da ist das nur multiplayer als ich habe die zehn player noch gar nicht ausprobiert da gehen wir mal los hast du genug material wir gehen den üblichen neuer ader holt eine schnecke ich baue jetzt aber erst mal nur ein bänder sicher ja oder sollte ich gleich zwei machen dann brauche ich habe ich habe wie viel habe ich 1 2 3 4 580 ja dann nehme ich halt ich packe mal eben die schande platten gleich mal hier in den einen anderen container ich warte ich kann dir auch in irgendeinem container reinstecken oder hier sind noch ewig auch kuppen die hauptenweise drin deswegen dann dann pack ich mal eben pack immer eben und grabbel mir da welche raus dafür war dieses ding ja auch eigentlich hauptsächlich erst mal gedacht der wird zum aufwerten können wir auch zu lassen sagen jetzt können wir auf den kampf energie sieht scheiße aus passt wir haben doch gar nicht die großen becher große fliegen klatschen aber so viel gerümpelt dürfte es gar nicht entgegen kommen wir fernst du dann kann ich die reine nämlich für für die besseren arbeiten nehmen für die die besseren da unten sind auch noch drei stück drei adern sind aber alles unreine also wenn man halt mal notmäßig anzupfen wenn man nur eine schrauben produktion machen will oder so naja ist nur eine schrott ader hier alter schrott für schrott was schauen gehen wo auch nie das war eine runter in eine zu früh boah ist das gehört ja und es hat irgendjemand geschossen oder geknallt was blöd mich an aber du willst arschloch er hat es aber drauf gehabt aber das findet knall war jetzt gerade eben 1 2 3 und da hinten ist auch noch eine ader das sind 45 adern sogar hier in der nähe und alles unrein jetzt schon wieder angeknot ja das ist eine vieh ich muss ihnen die jahre einsammeln geht nicht auf den platz ja sagen will ich das halt für dich ein so ich hoffe ich will die weg noch zusammen da ist die gewesen wenn euch könnt ihr eben kurz ding ding machen so das war nämlich hier dran vorbei die war gar nicht so weit die müsste recht vor uns sein eigentlich könnte sein dass ich mich mal wieder vertan mit der ecke wo ich hier lang laufe aber ich bin mir sicher dass das hier war also jetzt nicht hier direkt sondern ein stückchen weiter irgendwie zeigt er die gar nicht an eisenader viermal normal höchstens aber das ist nicht die zwei irgendwo runter da wo der see ist da ist noch so ein gewässer dass man hier ist das weit naja ist nicht gerade um ecke muss hier und war das nämlich unten eigentlich ich glaube doch nicht man ich gehe mal eben die schnecke holen wenn ich mich schon so angrenzt irgendwie ist das alles anders als bei mir irgendwie auch irgendwas grundstag ja ich konnte ja auch schon die ganze zeit voll nicht dass du uns hier runter schockst das andere so geht immer zurück soll das heißen der weg war um sonst ja wo hier vor der feder und hier leckt das wieso gerade also momentan ist multiplayer total fehlerhaften bei ein wenig ja ich bin auch so gut wie tot ja ich bin tot wo ich auch gleich hört er einer den anderen was man da belegen ich bin der ding hat sich selbst umgebracht mir lebt dich wieder ich habe auch nur noch ein nach ein balken ich glaube ich habe dich gerade ich habe ihn getötet aus versehen ich bin jetzt nicht unbedingt wo das war das muss hier nimmst du die dinge hier noch mit kannst du machen ich habe nichts mehr nein halt auf damit nein hör auf hör auf hör auf hör auf jetzt habe ich alles alles einmal gescannt warte da ist 500 meter dann ist das könnte hier das sein aber da oben kann das nicht sein das muss irgendwo unten sein aber so weit war das gar nicht er kennt ja doch ne das war nicht weiter von meinem äh von uns entfernt als die andere a da ist die ja das kann nicht hier sein das war nicht hier ich muss noch mal zu ihm und wir das noch mal genau da oben ist ein frack mitten im gift scheiß oh schön wolltest du holen gehen? hehehehe 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 auch nicht schon wieder hört auf auch nicht schon wieder hört auf auch nicht schon wieder hört auf also ich muss mir das noch mal von unten angucken da von äh ich hatte das damals verlegt das war dann von hier ja 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 ich bin nach dem ich bin ich bin da ich bin irgendwie verwirrt ja wo bist du hin wieder zurückgeladen wo bist du kann ich gar nicht mehr sehen ich bin hier lang gelatscht dass die hier lang gelegt da war das doch eine weiter oben hätte ich bei deinen deinen wiederfindung die hier die ganze zeit ich glaube ich weiß dass ich glaube das ist discord oder oben ist nun bisher kurz der bei beim stream forster bisher nur misst aus ich will jetzt noch kein naja bei mir hat auch nur kacke aus ich muss eben kurz hier gucken ob hier der see war den ich mal den ich gedacht habe weil das könnte der nämlich sein ja das ist ja hier bin ich runter gehören genau da unten ist die sowas grund ist wieder auch das der hier kam ich nicht hoch wirst du warst hier waren wir doch schon mal letztens das kann gut sein hier sind aber wieder zwei so und zwar jetzt hier ohne bin ich hier runter gegangen ich habe hier dort zu bären ich muss erst gucken wo ich runter gegangen bin ich glaube hier war das man kann da am rande runter da wo die schnecke leuchtet da kann man runter ich bin hier runter gegangen ja ich bin habe den direkten weg genommen ja ich habe hier nämlich die leitung direkt runter gebaut das ist noch da ja ja meine weise können wir hier auch schon so unterspringen ja auch hier nicht das reicht nicht das förderband das eine muss ich nicht mehr setzen das muss aber passen eigentlich hier ja passt wie bist du da runter gekommen ach so alles klar ja ich wollte gerade sagen scheiße das ist die kupferader und beisen ist beides das ist ein salto da hier ist nämlich eine normale kupfererz und hier war eine reine eisenerz ja genau aber wenn ich da drauf guckt dann steht das scheiß normal aber hier steht rein da steht rein da steht rein und da hinten habe ich nämlich meine meine kohle geholt hier und da weißt du wo das ist das kommt mir ein bisschen bekannt vor ja das ist die stelle wo unsere kohle gut haben und im stream das erste mal ja da hinten ist der aufgang ja da oben bei der schnecke oder sowas nee da wegen links muss glaube ich sogar noch ein frack sein aber da sind voll die giftviecher naja da links hoch das ist unser unser weg gewesen wo wir zu der zu unserer die es gegangen sind ja stromus quatschus haben wir noch nicht diese strom stehe den ist dann da egal die brauchen wir haben wir noch nicht haben wir glaube ich noch nicht doch die haben wir schon hier solche dritten kupfer meiner hinbauen aber den brauchen wir glaube ich noch nicht doch brauche ich nicht aber das ist ja nur normal hier das ist nicht schlimm ich brauchte nur für 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 blech also wollte sie nicht mit dem strom fördern ja das können wir hier vorne gleich machen wenn wir jetzt hier fest man die scheiß bäume nicht dass ich gleich wieder den lustigen back habe und darf doch wieder ein betraut ja so erst mal hier aus ich kann ja abbauen wenn du den in meiner nähe bist so schön das ist toll hier geht es schön ich wollte erst am hügel da mit den strom dingern anfangen ja ja ich hatte ihn gerade an deswegen ich bin direkt angebaut war so um kannst du setzen darf wieder nicht draufsetzen warum nicht was zu teuer jetzt habe ich keine eisenplatten mit ich idiot habe ich die alle rausgenommen hier warte mal ich habe noch 79 das wird niemals reichen weiß doch nicht das wird nie im leben reichen das ist hier noch einen hinsetzen hier doch einfach auf dem scheiß boden jetzt klingt ja nicht ich habe kein ich habe kein metall bin ich gerade blind oder was sowieso man ich habe hier gleich auf dem teppich ich ein hätte oder mehr sie gerade kann bis hier vorne auf dem boden rumeiern naja ist ja nur eins so wurscht der jacken die hose die snap points sind für den arsch ab und zu ja jetzt soll ich mich ohne jetpack da oben drauf trauen ich komme da erst wo bin ich das fang fertig ich kann hier keine setzen macht ihr habt schon gebaut deswegen aber die geht nicht ja ich habe keine stange stimmig schon dafür das könnte ich mal hoch gehen hallo kann zwar schnell schnell der berg bricht setzt sich fast runter geschubst das gemacht hätte sein du hättest mich fast wo sich daher die strom dinge aufsetzen bei der liebe her ja in welche richtung müssen wir denn jetzt da steht also hier da die richtung so ich muss jetzt hier erst mal hier die dinge in die liste machen hier du kannst ja setzen gehen und ich gebe mit einem schon mal hinterher oder mit zwei hast ja schon machen wieso hast du die andere sehr angeschlossen am strom ach wir haben ja noch keine strom ist ein ich habe gerade laufen die denn nicht ich habe gedacht warum laufen die denn noch nicht keine ahnung wo sind das habt da irgendwo nein falsch drauf gebaut nein ganz kleine minimale die krise irgendwo nach da halt halt irgendwo ach da hinten sie ist ja durch noch mal nicht so weit da ist aus dem ja ich wollte nur gucken ob wir da interessiert sich gerade nur von dir für dich da kommt dann kommt ein homie aber ich bin nicht tot ja ich auch hilfe in ruhe aber hilfe hilfe ja schön ich will gerade was fressen lass mich in ruhe blöde Stück schande kommen wir ja jetzt kriegst du auf die fresse wo bist du denn ich weiß nicht wie fast gerade wo du bist ist auch egal tot ist tot äh zu kurz äh zu lang so bis hier hin bin ich seiten ist deiner da bauen wir uns dann drauf den habe ich ohne gebaut schnubbel habe ich ohne füße gebaut gehabt da hat man das noch nicht die vernommen weil ich gesagt haben ja ich bin sensibel und wir könnten das ja ändern wir könnten ja dann drei machen und dann die kohle die die betonen und dann mit aufballern normal war warten wo sind wir denn hier wo sind wir denn da so das sollte ja gut klappt durch die erde durch ja so echt ohne station gemacht also irgendwann mal drauf klopft wir haben nicht so viel material wir müssen jetzt sparsam sein ok mein herr herr und gebieter wirst du denn auf auch das doch mal weg Okay. 120 platten habe ich doch also wenn ich zu schnell wirklich auch gleich ja ich brauche sowieso auch gleich ab noch acht sind ich habe 92 aber ich brauche die verstärkten platten die normalen und glück sehe ich die produktion hallo jetzt muss ich los was wir ein paar verstärkte mit hast du nicht welche in der tasche hat das schon mal geklärt ich brauche nämlich ich habe keinen mehr ich warte ja einfach brauche ich jetzt alles aus schon wieder ja da kommt es nachher um ich habe doch noch hier habe ich noch extra was geholt angestritt und so was und das box sieht oder ist es nur noch was mussten wir nach ob ich wieder zurück mal so schnell richtig flott ihr werdet ja auch gearbeitet dein müll dürfte reich nicht auf keinen platz werden die dresskosten so viel werde ich nie brauchen ich glaube ich gehe jetzt mal unter dein ding durch das willst ja sowieso irgendwann mal ändern dann werde das jetzt hier einmal durch verdammt durchgehend das band weil ich werde auf der seite haben denkt daran dass du meins durch meins nachher nach links weg ziehen musste also mein kupfer würde ich nach woanders hinlegen ja das kannst du dann hier machen da kann man erst mal stehen bleibt da muss ja auch hier noch mal dahin laufen hier da muss ich schließe schon mal an strom an damit das mal läuft hier war das gleich fertig machen aber wer schreibt mir denn die ganze zeit auf discord selber was gucken geht keiner und warum piepst doch die ganze zeit zu machen ausfällig deine produktion läuft da oben ja ich hab ja auch bio kraftstoff drin aber ich stelle jetzt was her war ja ich hatte auch schon bio bei mir ist wahrscheinlich bei dir mehr dran hängt die hinteren bei hinteren zwei sind der aus wie es aussieht da war glaube ich nur normaler bio kraftstoff du du macht das schon wo ist die ganze bio kraftstoffe ich weiß es nicht hast du da was rausgenommen nein ich bin dort die ganze zeit zusammen gewesen ich hatte letzte folge war also ich habe heute noch nichts draus genommen ich stelle was her ja muss doch glatten container hier drauf machen so hier muss ich auch schon glatter container drauf machen was geht ja gar nicht weil nee das lasse ich so die schrauben wenn die voll sind können ja auch gleich anfangen zu produzieren was hier oben ist schon mal bio kraftstoff in der kleinen truhe drin ich glaube das mache ich erst mal wir können übrigens schluss machen wir haben heute dann erfolgreich und tupfer und eisenader gegönnt ja sehr schön da würde ich aber sagen haben wir uns den klatschen verdient ja wahnsinn haben da gesehen wie wird wie man das macht einmal kurz verlaufen aber das ist egal da haben wir haben wir ja voll viel erreicht ja ja wir haben da reine art also ich habe eine reine art also das ist sehr positiv damit kann ich dann meine blöden rahmen herrscht oder keine ahnung erst mal gucken was ich hieraus genau so dann würde ich sagen wir sehen uns bei der nächsten folge wieder bis dahin bis dahin denn dann ciao ciao bis tschüss